So, wir sind hier in unseren Räumlichkeiten in Tassacorta, in La Palma. Wir haben einen ganz engen Bezug zur Kunst, ohne dass wir selber Künstler sind. Wir, meine Frau und ich. Und wir haben hier dieses wunderschöne Haus renovieren können und können jetzt hier unten den ehemaligen Laden als Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen. Das heißt, wir bieten Künstlern eine Möglichkeit, ihre Bilder auszustellen und eine kleine Präsentation zu machen. Das machen wir jetzt schon sieben Jahre. Wir sind irgendwo bei über 20 solche Ausstellungen. Und im Moment haben wir jetzt den Stefan Gube als Holzbildhauer hier bei uns in Kombination mit dem Ari Mogge, der diese wunderschönen Bilder gemalt hat. Sehr realistisch von Gemüsesorten. Die Sorten, wir haben das so schön genannt, im Laden liegen sie nebeneinander ohne Persönlichkeit in Euronorm. Und hier erwacht jedes Einzelne zu einem Individuum, zu einer, ja fast einer Kunst. Und er hat sehr schön herausgearbeitet, das Blattwerk, die Wurzeln, die Strukturen, was eigentlich diese Sorten ausmacht. Also das ist eine ganz bemerkenswerte Arbeit und auch sehr einmalig. Ja, hallo, mein Name ist Achel Mogge. Ich bin hier ausstellender Künstler und liebe La Palma. Ich bin schon seit zehn Jahren mit der Insel immer wieder verbunden und bin immer dann zehn oder zwölf, 14 Tage hier. Und sehe auch, wie toll hier das Gemüse wächst. Und mich faszinieren einfach die Vielfalt von Formen und Farben dieser Gemüse. Und die versuche ich in meinen Bildern wiederzugeben. Und bringt eine gute Stimmung in jeden Haushalt. Danke. Amen. 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 Amen.